Ich bin Tim, der Gründer von Hannes Kemper. Wir sind seit fünf Jahren als Kemper-Van-Vermietung aktiv und haben mehr als 7000 Gäste auf Reisen geschickt. Das ist der schönste Job, den man sich vorstellen kann. Man kriegt extrem viele Reiseimpressionen, Bilder, Erfahrungsberichte. Und wir haben natürlich auch total viel Feedback bekommen. Was funktioniert gut an den Kemper-Vans? Was funktioniert vielleicht nicht so gut? Wo ist der Kühlschrank richtig angeordnet? Was sind kleine Details, die einfach die Reise angenehmer machen? All das haben wir in unseren eigenen Hannes Kemper-Van einfließen lassen. Haben mit dem Luca, dem Industriedesigner und unseren super starken Partnern von Robeta in Slowenien aus unserer Sicht den besten Kemper-Van entwickelt, den man sich vorstellen kann. Es ist ein geiles Finish, riecht überragend. Hast du das Panel gesehen? Ja, das neue Truma-Panel, auch hier. Genau, das ist neue Truma für dich. Aber auch mit dem Dach ist gut, hast du recht gehabt. Stark. Die Stitchings sind richtig schön. Stark, stark, stark. Ey, das ist wirklich eine ganz... Hier. Anderes Level. Anderes Level. Anderes Level. Wie du gesagt hast! Bitte? Habt ihr geil gemacht. Danke, Primoz. Super Arbeit, Leute. Great work. Thanks a lot. Ich bin Robert Meschede, Projektleiter bei Hannes Kemper Vans und ich hatte in dem vergangenen Jahr die unglaublich tolle Aufgabe, gemeinsam mit unserem Team von Hannes Kemper und auch unserem slowenischen Partner Robeta den besten Kemper-Van überhaupt zu entwickeln. Wir haben in unzähligen Meetings vor Ort, als auch in Videocalls, wirklich an jedem Detail gefeilt. Wir haben Perfektion im Möbelbau erreicht. Wir haben die besten technischen Komponenten und freuen uns heute, euch endlich diesen Van einmal vorstellen zu können. Als Basisfahrzeug haben wir uns für den Citroën Jumper entschieden. Hier für die Version mit Heavy Chassis, mit jeweils einem 165 PS Motor, der Anhängerkupplung serienmäßig, außerdem auch die Rückfahrkamera serienmäßig. Unsere Hannes Kemper sind verfügbar als 6 Meter und 6,40 Meter lange Variante, sprich einmal mit dem Querbett im Heck und die Option auf das Längsbett bei dem 6,40 Meter Fahrzeug. Unser Herstellerpartner Robeta ist sicherlich vielen von euch schon bekannt. Als absolute Premium-Manufaktur im Kemper-Van-Bereich. Wir sind total stolz, dass wir mit Robeta einen Partner gefunden haben, der unsere Vorstellung von unserem Hannes Kemper umgesetzt hat. Und gern möchte ich euch, was den Aufbau angeht, mal ein paar Details näher bringen. Wir sind gestern bereits den ganzen Tag mit dem Wagen unterwegs gewesen und sind begeistert davon, wie leise der Wagen ist. Also die Isolierung ist herausragend gut. Der Möbelbau ist perfekt. Wir haben Leichtbaumöbel in dem Fahrzeug, das heißt, ihr habt noch mehr Zuladung. Wir haben Rahmenfenster von der Firma Seitz mit Privacy-Verglasung, stufenlos einstellbar für noch mehr Isolierung, für noch weniger Windgeräusche während der Fahrt. Robert und ich sind jetzt gestern hier in Slowenien angekommen, um die ersten zwei Prototypen abzuholen. Und es war einer der aufregendsten Momente in meinem Leben. Wir haben über ein Jahr an diesem Auto gearbeitet, haben in den Renderings, in den Animationen schon eigentlich jedes Detail gesehen. Aber dann das finale Auto zu sehen, ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und dann waren wir hier, das Team von unseren Partnern Robeta in Slowenien hat alles vorbereitet und wir wussten, das Auto ist hinter diesem Tor. Robert und ich haben uns nochmal angeschaut, dann ging das Tor auf und dann war es da. Und ein unglaublich toller Moment, dann das Produkt zu sehen. Und natürlich ist man dann auch noch aufgeregt. Man denkt, oh, hoffentlich ist es jetzt wirklich so toll, wie man es entwickelt hat und hat auch ein bisschen Angst, dass es nicht so ist. Und dann machen wir die Tür auf zum Auto und schauen uns an und wussten in dem Moment, das ist es. Es ist alles so, wie wir es uns vorgestellt haben, wie wir es geplant haben, wie wir es designt haben. Die Komponenten wirken genauso in der Haptik, wie wir es wollten. Und es hat eine Millisekunde gedauert und wir wussten, das ist es. Das ist es. Und das war ein total tolles Gefühl. Warum haben wir so viel Liebe, so viel Arbeit investiert, um den perfekten Van zu entwickeln? Wir hatten das Wissen aus unseren Vermietungen. Wir hatten ganz, ganz viele tolle Partner dabei. Robeta, die die absolute Manufakturqualität in Perfektion beherrschen. Und wir haben dann einfach nur die besten Materialien verwendet. Das ist ja ein Stück weit wie beim Essen. Du kannst eigentlich nicht schlecht kochen, wenn du die perfekten Materialien verwendest. Und genau das haben wir hier auch gemacht. Wir haben die perfekten Anbauteile, Armaturen, wir haben eine super Isolierung, wir haben das Chassis in Perfektion. Und all das ergibt dann am Ende mit unserer Erfahrung, mit der Fertigungskompetenz von Robeta, solch ein Campervan. Wir haben jetzt ausgewählten Menschen, die uns in dem Projekt begleitet haben, aber auch welche, die das Auto noch nicht kannten, das Auto gezeigt. Und das Feedback war immer sofort, wow, was für ein Wohngefühl, was für ein tolles Lichtkonzept, was für eine heimelige, hügelige Atmosphäre, wie gemütlich es ist durch das indirekte Licht, durch die hochwertigen Polstermaterialien, durch die Holzwerkstoffe. Und all das war natürlich auch Ziel unserer Konzeption, dass wir sagen, es soll einfach das Gefühl wie zu Hause, aber eigentlich noch schöner als zu Hause sein. Und ich glaube, das ist uns perfekt gelungen. Und ich glaube, das ist funktioniert. Untertitelung des ZDF, 2020